Thomas Kienberger hat bereits eine sehr schöne Einführung gemacht in die allgemeine Problematik. Zusammengefasst, die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos natürlich. Wir haben wirklich ein ernstes Problem, den Treibhauseffekt und unser Ziel, unser aller Ziel muss es sein, Klimaneutralität zu erreichen. Und selbstverständlich spielen hier Unternehmen, Industrieunternehmen, eine besonders wichtige, eine zentrale Rolle. Wie kann uns das gelingen? Indem wir das in die normalen Management-Abläufe integrieren, dieses Ziel der Klimaneutralität. Man nennt das Carbon Management. Also, wir kennen schon Abfallwirtschaftsmanagement, wir kennen Energiemanagement, wir kennen unterschiedliche Aspekte des Umweltmanagements, des Environmental Managements, Carbon Management ist relativ neu. Im Rahmen dieses MOOC werden Sie erkennen, es ist relativ leicht integrierbar. Man muss sich ganz klare Ziele setzen, das ist das Allerwichtigste, auch Zwischenziele, die man erreichen kann. Das Endziel muss Klimaneutralität sein. Wir werden dieses Endziel nie ganz erreichen können, das ist ganz selbstverständlich. Es gibt einen unvermeidbaren Anteil an CO2-Emissionen, der bleiben wird, aber der hoffentlich global absorbierbar ist, von unserer Biosphäre absorbierbar ist. Dieses Ziel müssen wir erreichen. Bei manchen Unternehmen wird es leichter gehen, da wird man relativ rasch 80, 90 Prozent reduzieren können. Bei anderen Unternehmen wird es schwieriger, da bleiben vielleicht sogar 20, 30 Prozent nicht vermeidbare Emissionen zurück. In den ersten Modulen werden Sie also, wie gesagt, Management-Instrumente kennenlernen, wie man mit dem Problem Treibhauseffekt, mit dem Ziel Klimaneutralität umgeht. Sie werden sich intensiver befassen mit den Normen des Umweltmanagements, auch mit den in entstehenden begriffenen Normen, was Carbon Management, was Kohlenstoffmanagement betrifft. Wir werden uns intensiver mit Lieferketten befassen müssen, denn die indirekten Emissionen, jene Emissionen, die wir upstream mit verursachen im Rahmen der Lieferkette. Aber auch Downstream, was unsere Produkte, was den Abfall betrifft, der aus den Produkten letztendlich entsteht, auch damit werden wir uns befassen müssen, schon aufgrund der Entwicklungen auf der gesetzlichen Ebene, auf der Europäischen Union. Das wird in den nächsten Jahren immer bedeutsamer, immer wichtiger werden. Nachhaltigkeitsberichterstattung. Auch hier ist einiges salopp ausgedrückt im Busch. Wir werden intensiver über die Nachhaltigkeitsentwicklung in unserem Unternehmen berichten müssen und das auch transparent machen müssen. Es muss veröffentlicht werden, wie sehr wir uns bemühen in Richtung Nachhaltigkeit. Das ist komplexer als bloßes Carbon Management. Das ist nur ein Teil der Nachhaltigkeit. Aber wir müssen uns dieser Herausforderung stellen. Ich glaube, es führt gerade in Europa überhaupt kein Weg daran vorbei, letztendlich aber auch global. Im zweiten Teil dieses Moduls wird es im engeren Sinn um das Carbon Management gehen und beginnen tut man da immer mit einer ordentlichen, mit einer soliden, normgerechten Bilanz. Da orientiert man sich am Greenhouse-Gas-Protokoll, man orientiert sich an einer ISO-Norm. Hier geht es darum, alle direkten und auch indirekten Emissionen einzubeziehen. Also es geht nicht mehr nur um die direkten am Standort entstehenden CO2-Emissionen, sondern auch um die Emissionen, für die wir doch auch indirekt verantwortlich sind. Denken Sie an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, an die Pendlerinnen und Pendler. Auch deren Emission, wenn sie mit ihrem Auto zur Fabrik kommen, sind in eine solide Treibhaus-Gas-Bilanz einzubeziehen und sind im Bereich der Mitverantwortung des Unternehmens. Es geht hier um eine geteilte Verantwortung. Natürlich kann niemand das alleine stemmen. Auch staatliche Rahmenbedingungen spielen eine große Rolle. Gemeinsam ist es machbar. Es wird darum gehen, Maßnahmen zu entwickeln, einen Maßnahmenkatalog, eine Roadmap zu entwickeln, ein Wasserfalldiagramm aufzuzeichnen, das darstellt, wie wir von den aktuellen Emissionen, von den hohen Emissionen, Schritt für Schritt, Jahr um Jahr runterkommen, hin zu diesen letztlich nicht mehr vermeidbaren Emissionen in der Größenordnung von zehn Prozent, 20 Prozent der aktuellen Emissionen. Das ist machbar, das kostet auch. Manches rechnet sich, manches wird sich rechnen. Ich glaube, dass die Entwicklungen letztlich in eine sehr positive Richtung gehen und es klug und richtig ist, sich jetzt auf den Weg zu machen. Und wie gesagt, es geht letztendlich auch um Berichterstattung, es geht um Veröffentlichung von Berichten. Eine solide Treibhausgasbilanz gehört immer auch auf die Homepage eines Unternehmens. Im weiteren Modul wird es um Energie im engeren Sinn gehen und um Green Production. Also Klimaneutralität hat auch etwas mit unseren Produktionsprozessen zu tun. Nicht nur mit den Energiequellen, mit denen wir arbeiten, mit den Energieträgern, sondern natürlich auch um die Prozesse selber. Also diese beiden Seiten integriert zu betrachten, ist die Aufgabe der nächsten Module. Es geht um die in allererster Linie einmal zunächst um die Nutzung, verstärkte Nutzung von Abwärme. Das klingt sehr banal. Viele Unternehmen machen das bereits, dass sie ihre industrielle Abwärme in Netze einspeisen. Viele Unternehmen aber tun das noch nicht. Hier das Potenzial, möglichst weitgehend zu nutzen, ist die Aufgabe der nächsten Jahre. Diese Einbindung von industrieller Abwärme, aber natürlich auch in Kombination mit Wärmepumpen, in Kombination mit Speichersystemen, mit Solarthermie, die da und dort sicher auch eine Rolle spielen wird auf diesem Weg zur Dekarbonisierung. Es geht letztlich darum, dass sie den Stand der Technik kennenlernen. Also erkennen, welche Möglichkeiten habe ich für mein Unternehmen, Schritte Richtung Klimaneutralität technologisch getrieben umzusetzen. Es geht um die Optimierung der Produktionslogistik. All das sind Managementmaßnahmen, die gesetzt werden müssen, die Potenzial haben. Ob es bei Ihrem Unternehmen Potenzial hat, wird dann genau zu überprüfen sein und gegebenenfalls zu implementieren sein. Im nächsten Modul geht es ganz zentral um Energieeffizienz. Wir haben, wie gesagt, in Zusammenhang mit Klimaneutralität sehr oft über erneuerbare Energieträger gesprochen, erneuerbare Materialien, Materialien aus erneuerbaren Rohstoffen. Das ist gut und richtig so. Etwas im Schatten bleibt immer die Energieeffizienz. Ich persönlich weiß nicht warum, denn gerade in diesem Bereich rechnen sich oft Maßnahmen, sind die tatsächlich auch ökonomisch gut darstellbar. Da geht es um auch um das Berücksichtigen bereits bestehender gesetzlicher Rahmenbedingungen, wie zum Beispiel Energieeffizienzgesetz. Es geht auch ein Stück weit um den Emissionshandel und welche Rolle der, wie gesagt, für Investitionen, für investive Maßnahmen bei Unternehmen spielt. Es geht um eine letztlich kontinuierliche Effizienzsteigerung in den Produktionsprozessen. Auch unter Berücksichtigung der Produkte. Viele unserer Unternehmen stellen auch Produkte her, die wiederum gute Auswirkungen haben können hinsichtlich Energieeffizienz bei Endverbrauchern, bei Konsumenten, aber auch Investitionsgüter herstellen, die ebenfalls andere Unternehmen unterstützen, auf ihrem Weg zu mehr Energieeffizienz. Ein nächster Themenbereich, der in einem Modul behandelt wird, ist das Thema Bio-Raffinerie, ist das Thema grüner Wasserstoff und neue Prozesse. Also das sind sehr fundamentale Themen, mit denen wir uns tausend auseinandersetzen werden. Ich nehme nur heraus die Bio-Raffinerie. Darunter versteht man nicht das Gegenteil der normalen erdölbasierten Raffinerie. Es sind durchaus ähnliche Prozesse, die sich da abspielen in der Raffinerie. Es geht darum, dass man aus erneuerbaren Materialien, Materialien aus der Biomasse, aus der Biosphäre, Produkte erstellt, herstellt, herstellt, synthetisiert, durch Destillation herstellt, die in anderen Produktionsprozessen bei der Herstellung von Produkten nützlich sein können. Die den Weg beschreiten, heraus aus einer erdölbasierten Produktewelt, wenn man das so nennen will. Dieser Umstieg von fossilbasierter Raffinerie auf Bio-Raffinerie, der wird nicht nur in Raffinerien im engeren Sinn sich abspielen, sondern durchaus in ganz normalen Industrieunternehmen, die eben mit ihren Rohstoffen, mit denen sie hantieren, einerseits ganz normale Produkte herstellen, unter Anführungszeichen, also jene Produkte, die sie traditionellerweise und sehr erfolgreich herstellen, aber vielleicht Abfallprodukte haben, aus denen man im Sinne einer Bio-Raffinerie eine Vielzahl von Stoffen herstellen kann, die letztlich in weiteren Industrieprozessen oder auch beim Endkonsumenten Nutzen stiften. Ein zweites großes Thema, das in diesem Modul behandelt wird, ist der grüne Wasserstoff. Warum darf man ihn grün nennen? Warum ist er grün? Nicht, weil er aus Wasser ist, das ist ein sehr erneuerbarer Rohstoff, sondern weil die Energie, die dafür genutzt wird, der elektrische Strom aus erneuerbaren Energiequellen stammen muss. Nur dann ist es grüner Wasserstoff, wenn er aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Dabei entsteht, also man verwendet Elektrolyse als Prozess, um grünen Wasserstoff herzustellen. Gleichzeitig entsteht Sauerstoff, der ebenfalls sehr nutzstiftend eingesetzt werden kann. Dieser grüner Wasserstoff wird dann in einigen Bereichen als Energieträger eingesetzt werden müssen für Hochtemperaturprozesse, andererseits aber natürlich auch als Rohstoff für weitere Produkte. Abschließendes Modul in diesem Bereich Energie und Green Production befasst sich mit der Erzeugung erneuerbarer Energie in der Industrie. Also die Industrie wird nicht mehr nur Bezieher von Energien unterschiedlicher Art sein, sondern selbst auch im eigenen Bereich Energie erzeugen. Es geht darum, Flexibilität zu erhöhen. Ich habe schon darauf hingewiesen, erneuerbare Energien sind dadurch gekennzeichnet, dass sie volatil sind. Das heißt, die Sonne erscheint, wann sie will, der Wind weht, wann er will. Das ist ein großes Problem, eine große Herausforderung für unsere Netze. Sie stabil zu halten, erfordert Speicherlösungen auf der einen Seite und natürlich Demandside Management, also Managementmaßnahmen auf der Seite der Nachfrage. Bestimmte Lastspitzen zu kappen wird eine zentrale Herausforderung sein für eine dekarbonisierte, für eine klimaneutrale Industrie. Und selbstverständlich bieten die modernen Methoden der künstlichen Intelligenz gute Möglichkeiten, hier steuerungstechnisch, regelungstechnisch im Bereich der Sensorik die Potenziale auszuschöpfen, hier noch energieeffizienter zu werden, als wir das bisher waren. Wie gesagt, KI bietet eine riesige Chance, neue Effizienzpotenziale zu heben. In den nächsten beiden Modulen werden wir uns mit betrieblichem Mobilitätsmanagement befassen. Das hat eine technische Seite einerseits, also neue Antriebstechnologien. Selbstverständlich werden wir uns mit elektrischen Antrieben befassen, aber auch anderen. Es gibt alternative Treibstoffe, die da und dort vielleicht ihre Berechtigung haben, eingesetzt zu werden im Bereich der betrieblichen Mobilität. Auch darüber werden wir uns unterhalten. Ganz sicher aber geht es natürlich um den Ausstieg aus der Verbrennung von Diesel oder Benzin, also von fossilen Energieträgern. Das muss die Priorität sein. Das ist für uns eigentlich völlig klar. Es geht um die Infrastruktur, die dafür erforderlich sein wird. Es wird also um Ladeinfrastruktur gehen, die wir im betrieblichen Bereich aufbauen müssen, sowohl für die Logistik, aber auch, ich habe schon darauf hingewiesen, es geht auch um indirekte Emissionen für die Pendlerinnen und Pendler. Also für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Betriebe muss Ladeinfrastruktur bereitgestellt werden, um den möglichst raschen Umstieg auf elektrische Anträge im Bereich der Pkw, die voranzutreiben. In diesem Kapitel, in diesem Modul wird aber auch automatisierte Mobilität angesprochen, automatisierte Fahrzeuge, weil auch hier eine Chance besteht auf Effizienzsteigerung, auf Reduktion von CO2-Emissionen. Im zweiten Teil dieses Moduls geht es um systemische Lösungen. Es geht eher um die Frage, wie implementiert man betriebliches Mobilitätsmanagement. Es geht darum, wie man flottenoptimal managt, flottenoptimal nutzt, effizientest nutzt. Es geht darum, dass wir neue Nutzungs- und auch Geschäftsmodelle kennenlernen in Bezug mit betrieblicher Mobilität. Und es geht darum, dass wir Best-Practice-Beispiele in diesem Bereich der betrieblichen Mobilität kennenlernen. Im abschlussschließenden Modul, im Modul 10, geht es um einen Bereich, der weithin unterschätzt wird, in Hinblick auf seine CO2-Emissionen. Nämlich um Gebäude. Es geht um nachhaltige Gebäude. Industrieunternehmen bauen immer wieder neue Gebäude dazu, sei es Bürogebäude, sei es Fabrikshallen, was auch immer. Wir wissen es, dass alleine der Gebäudebereich, wenn man ihn integral betrachtet, also sowohl den Bedarf an Heizenergie, an elektrischer Energie, aber auch, und das ist das Besondere, die graue Energie, die in den Gebäuden drinnen steckt, etwa 40 Prozent der Gesamt-CO2-Emissionen weltweit ausmacht, wenn man alles inkludiert in diesem Bereich, was dazu gehört. Das ist also wirklich ein großer Brocken und deswegen ist diesem Thema Gebäude ein eigenes Modul gewidmet, wo Sie einerseits Methoden der Ökobilanzierung kennenlernen werden, aber selbstverständlich auch Lebenszyklus-Kostenrechnungen. Also auch die ökonomische Seite wird betrachtet und Sie werden erkennen, dass wenn man diese Kostenanalyse macht, dass oft die ökologischere Variante auch die kostengünstigere ist. Also lebenszyklusbasierte Nachhaltigkeitsbewertung und Optimierung betrieblicher Gebäude ist hier das Thema in diesem Modul. Ich habe Ihnen versucht, einen kleinen Überblick zu geben über alle Module dieses MOOCs und ich hoffe, dass alle für Sie spannend sind und fruchtbar sind.